Sie sind der Vorbild der gelingend-germanischen Ausbildung. Die gelingend-germanische Ausbildung ist Thomas Pyrrhe. Sie sind auch die Ausbildung. Sie sind natürlich auch die Ausbildung. Sie sind die Ausbildung. Sie sind natürlich auch die Ausbildung der Steynach. Das ist die Ausbildung der Wadi-Birkenberg. Im Namen der Deutsch-Griechischen Versammlung darf ich Sie auch herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns, dass es möglich war, im Rahmen der Deutsch-Griechischen Versammlung dieses Planerforum Kalamata zu veranstalten. Ich erinnere mich sehr gerne an, als ich vor zwei Jahren bei Herrn Nikas war, zu einem ersten Gespräch, was es für Möglichkeiten der Zusammenarbeit gibt. Und er war insbesondere bei dem Thema Stadtplanung sehr offen mit einem interkulturellen Austausch zwischen den Architekten zu inizieren. Ich erinnere mich vor zwei Jahren, der Herr Nikas, der Herr Nikas, und erinnere mich diese Diskussion. Und für mich ist insbesondere sehr spannend, diesen Prozess zu sehen, dass ich privat seit über 20 Jahren in die Stadt komme, und ich bin gespannt, was jetzt die nächsten zehn Jahre, auch aufgrund dieses Planerforums, sich weiterentwickeln kann. Und erinnere mich sehr interessiert. Und erinnere mich sehr interessiert. Denn es ist 20 Jahre in die Stadt, die Frau ist eine Marnatis. Sie ist eine Marnatis. Sie sagen, Sie sind eine Marnatis. Sie ist eine Marnatis. Sie ist eine Marnatis. Und wir freuen uns jetzt auf die Ergebnisse und würden uns freuen, wenn der auch im Rahmen der Deutsch-Kriegischen Versammlung dann weitere Projekte aus diesem Planer-Forum mit initiieren könnten. Und ich bin jetzt einfach nur gespannt und herzlichen Dank für den Einsatz und Engagement jeden Einzelnen, auch der Architektenkammer Baden-Württemberg, möchte ich danken, die das Verfahren begleitet hat. Und ja, ich freue mich jetzt auf die Ergebnisse. Und der größte Dank gilt natürlich den Architekten, den Stadtplanern und den Stadtplanern, die das durch ihre Teilnahme möglich machen. Und herzlichen Dank an Sie, dass Sie hier nach Kalamata gereist sind und das Abenteuer der Stadtplanern hier mit angegangen sind. Und ich hoffe, dass Sie auch persönlich gute Eindrücke aus der Stadt und aus dem Land mitnehmen. Und ich freue mich jetzt auf die Stadtplanern, die Sie hierher sind und die Stadtplanern, die Sie hierher sind. Und ich freue mich jetzt auf die Idee, die Sie hierher sind. Und ich freue mich auf die Stadt. Vielen Dank.